Heiße Reifen in einem Computerspiel brauchen einen heißen Mikroprozessor. Obwohl der eigentliche Prozessor-Chip kleiner ist als ein Daumennagel, muss er eine Wärmeleistung loswerden, die etwa der Sonneneinstrahlung auf eine DIN A4-Seite an einem strahlenden Sommertag entspricht. Die Computertechnik nutzt hierfür alle drei Möglichkeiten, die ihr von der Physik für den Wärmetransport zur Verfügung gestellt werden. Zunächst muss die Wärme vom Chip an die Oberfläche des Chip-Gehäuses befördert werden. So etwas macht man am besten durch innigen Kontakt mit einem guten Wärmeleiter. An einem Becher mit heißem Kaffee verbrenne ich mir die Finger. Metall ist also ein sehr guter Wärmeleiter. Jetzt gilt es, die Wärme vom Gehäuse des Mikroprozessors zu entfernen. Zu diesem Zweck ist die Wärmestrahlung nützlich. Große Fläche bedeutet dabei viel Strahlung, so dass die Computertechniker einfach die Idee der Rippen eines Heizkörpers übernommen haben. Und noch einmal ist der Vergleich mit einer Heizung nützlich. So wie das erwärmte Wasser in diesem Modell einer Zentralheizung, kann man auch warme Luft transportieren. Im Computer hilft man dabei meist mit einem Ventilator kräftig nach. Diesen Vorgang bezeichnet die Physiker als Konvektion. Der englische Physiker William Thompson Lord Kelvin trug in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entscheidend zum Verständnis der verschiedenen Mechanismen des Wärmetransports bei. Manchmal muss man gute Wärmeabfuhr allerdings auch verhindern. Die schlechte Wärmeleitung der Luft in meinem Pullover oder in diesem Pappbecher hält mich und meinen Kaffee warm. Für einen Mikroprozessor wäre so ein Pullover allerdings tödlich. die Schleifung für einen